Hallihallo und herzlichst Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mich gerade schon bei Instagram aufgeregt. Leute, ihr könnt es einfach nicht glauben. Ich hatte gerade dick und fett bei Instagram angekündigt, ich fahre jetzt zu Rossmann, weil ich unbedingt noch Klopapier brauche und weil ich dann noch sowas in der App gesehen habe. Das ist jetzt mal gerade irrelevant. Aber das gab es wirklich nicht. Ich gehe so durch den Laden, bei mir setzt einfach alles in meinem Hirn aus. Es gibt gar nicht mehr, ich brauche, sondern ich könnte ja doch. Aber ich habe es diesmal an der Kasse gemerkt, da stehe ich an der Kasse. Ich denke mir, wo ist eigentlich das Klopapier, wegen dem du gekommen bist? Das ist das erste Mal aller Zeiten, dass ich tatsächlich noch im Laden festgestellt habe, dass ich nicht das gekauft habe, was ich eigentlich brauchte. Also habe ich einmal bezahlt, bin nochmal wieder in den Rossmann rein und habe noch ein Produkt mehr mitgenommen. Ja, Marketing läuft bei denen, jedenfalls funktioniert es bei mir. Frag mich nicht warum, also kann er nicht mehr rational denken in diesem Laden, ich weiß es nicht. So, wir fangen an. Was ich da gekauft habe, ich zeige euch zuallererst das Wichtigste. Klopapier. Bei mir ist das echt peinlich. Wenn mir das jemand erzählen würde, würde mir das kein... Also ich würde es einfach nicht mehr glauben. So viel Doofheit gibt es nicht. Naja, das Klopapier muss ich tatsächlich sagen, ich habe mich jetzt schon mal für die Winter Edition entschieden, hier mit dem Pinguin. Und die riecht echt richtig gut. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Klopapier ist. Steht Winterduft, es riecht aber eher so Parfum-lastig. Also wie gesagt, ihr kennt ja schon mein Klopapier, ne? Das ist wirklich, ja, für 1,99 das Klopapier, was ich immer benutze, immer mit Mustern, immer mit Duft. Ich liebe es. Dann gab es im Sale diese, also eine App, ne? Nicht im Sale, sondern eine App im Sale von Kleenex. Diese, ja, Trockentücher. Ich habe die super gerne bei uns am Bett stehen. Ja, die letzte Packung hat die kleine ja ein bisschen missbraucht, weil Babyborn schläft ja bei uns. Babyborn macht angeblich nachts immer Kacka. Und da werden dann die Tücher für verwendet. Aktuell habe ich sie eigentlich eher gekauft, weil wir ein bisschen erkältet sind beide. Und ich habe sowas immer gerne am Bett stehen und Fondue ganz passend. Ich bin ja im Schlafzimmer so ein bisschen golden eingerichtet. Apropos, ich hatte nochmal überlegt, eine neue Roomtour zu drehen. Falls jemand Interesse hat, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, so. Ich glaube 20% gab es da drauf, hat sich also gelohnt. Ja, das war dieses nächste Produkt, was ich mitgenommen habe mit dem Klopapier. Tatsächlich brauche ich es auch wirklich. Und zwar die Wattepads. Ich nehme einfach die günstigsten. Also ich nutze es auch nur für mein Micellenwasser, wenn ich schon abgeschminkt bin. Also ich schmink mich immer erst mit dem Reinigungsgel ab und nutze dann das Micellenwasser. Ja, deswegen eins am Tag. Also die halten bei mir ewig. Und ich finde die so praktisch, weil das habe ich auch erst 100 Jahre später herausgefunden, dass man dieses Ding dann so hinhängen kann. Ich habe da so einen Haken, dann kann man immer einen rausziehen. Ja. Dann habe ich, war auch wieder nötig. Wobei andererseits bin ich mir nicht sicher, wie nötig es ist, weil ich aktuell keine Abholung habe. Ich muss mich da definitiv wieder eintragen. Aber die letzten zwei Abholungen vom Foodsharing habe ich ohne Handschuhe gemacht, beziehungsweise ich musste meine neuen Putzernschuhe nehmen. Ja, ich habe das jetzt zum ersten Mal nachgekauft. Ihr wisst ja, also alle, die mir bei Instagram folgen, wissen, wie aktiv ich war, bin, wie auch immer, wie viel ich abgeholt habe. Und die sind jetzt das erste Mal leer gegangen. Jetzt habe ich welche nachgekauft, sind halt immer nicht ganz günstig. Aber ich denke, auch zum Kochen oder Putzen kann man die notfalls auch mal verwenden. Ich glaube, 3,99 Euro kostet das Paket. Aber gut. Achso. Heute ist übrigens alles ein bisschen, ich sage mal, haushaltslastiger. Ich hatte ja Zeit, ich war ohne Kind einkaufen tatsächlich. Deswegen fange ich mal mit einem Produkt der Haushaltsabteilung an. Und zwar ist es dieses Brett. Ich glaube, das hat 5 Euro gekostet. Ja, ich hatte ja mein Plastikbrett, habt ihr auch bei Instagram gesehen. Es ist irgendwie von innen vergammelt. Fragt mich nicht, wie. Ich habe mich so geekelt, habe es dann weggeschmissen. Und wollte aber ein neues Plastikbrett haben. Und ich habe aktuell nur ein großes Holzbrett. Und alles, was so, ja, gerade so Milchprodukte, wie ich zum Beispiel Feta-Käse oder so. Ich mag es nicht im Holz haben. Ich denke mir, das kriege ich nie wieder weg. Und bei Plastik bin ich da irgendwie, ja, mehr vertraut. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ja, so, das musst du mit. Das Pink ist sowieso klar, ne? Oh Gott, wo lege ich das dann hin? Hier. So, machen wir weiter. Ach ja, Erkältung und so. Habe ich hier einmal die limitierten von Alouette mitgenommen. Ich wollte nicht die Riesenpackung. Die passt nämlich nicht in mein Regal. Die passt perfekt rein. Ja, und da ich dachte, jetzt wo die Erkältung vorbei ist, deckst du dich schon für die nächste ein, habe ich noch ein Paket gekauft, weil ich sie einfach schön fand. Das ist hier so ein 6er Pack, aber ich fand sie parkiert einfach schön für die Handtasche. Und ja, weiß ich nicht. Ist sicherlich unnötig. Aber auch gut passt in mein Regal in der Küche. Deswegen kann ich sie jedenfalls gut verstauen. Jetzt kann mir natürlich jeder clevere Mensch sagen, Chrissy, du kannst einfach die große günstige Packung kaufen und sie auspacken. Ja, kann ich. Mach ich aber meistens nicht. Dann bleiben die immer alle zusammen und so finde ich es praktischer. Dann ist uns leer gegangen die Müllbeutel. Da habe ich einmal die hier mit Duft genommen. Die riechen übrigens auch mega gut. Genau wie meine, kennt ihr noch die Diedelblätter? Mit Duftblöcke. Genau so riechen sie. Diesmal waren leider Müllbeutel nicht im Angebot. Hat mich ein bisschen geärgert, aber dafür sind sie pink. Heute pink. Ja, mit Duft. Meine. Ja, das sind hier die 25 Liter. Die nutze ich immer ganz gerne für die Windeln. Und dann habe ich hier noch welche. Ja, hier ist auch Geruchsstopp-Müllbeutel mit Tragegriffen, weil ich brauche immer die Tragegriffe. Alles andere zerreißt mir irgendwie immer. Hier habe ich den für die Küche mitgenommen. Ja. Ich hatte auch die ganz normalen ohne Geruchsstoppe genommen, weil ich habe das Gefühl, das stoppt auch keine Gerüche. Also nicht so wirklich. Aber ich fand die mit den Griffen besser und die anderen waren alle ausverkauft. Deswegen gab es die. So, dann nochmal ein Beauty-Artikel. Ich hatte ja schon ewig kein Trockenshampoo mehr und jetzt waren auf Batiste 20% in der App. Ich wollte eigentlich, da war noch ein neues. Das klang für mich richtig gut. Mit Keratin-Komplex. Und so kostet auch das gleiche wie Batiste. Aber jetzt hatte ich hierfür einen Coupon und habe es mal genutzt. Ich konnte auch nicht dran riechen, weil die Verkäuferin neben mir stand. Also es war mir peinlich. Ich kenne die Sorte auch gar nicht. Ich hatte ja vorher das günstige, das war nicht so meins. Deswegen hoffe ich, das riecht nicht so extrem. Ich sprühe einfach mal. Hui. Riecht frisch. Neutral. Ich werde es austesten. Ihr werdet es im Aufgebraucht wieder sehen. Ja, dann. Dann gab es für die Kleine noch ein paar Quetschis. Der Klassiker, die ich immer kaufe von Fruchtbar. Heidebeere-Banane mit Reis. Zwei Stück. Und da ich ja immer noch am Freche Freunde Müllverpackungen sammeln bin, habe ich jetzt noch mal den einzigen, den sie darf. Banane, Elbberg, Quinoa. Also davon habe ich zwei mitgenommen. Ja, und dann war ich generell noch in der Snack-Abteilung. Da gab es denn hier, die wollte ich mal ausprobieren. Dinkelbällchen mit Tomate und Karotte. Ja, soll also gesund sein. Also als gesunder Snack. Ich habe ein bisschen Angst, weil die doch recht klein sind. Ich glaube, wie diese kleinen... Ja, die gibt es auch für Erwachsene, sage ich immer, zum Naschen. Ja, mal schauen. Bin gespannt, ob sie die kauen kann. Ansonsten werde ich sie snacken. Auch gar kein Problem. Dann, 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 dann. Ach ja. Es gibt ja bald aus meiner aktuellen Aktion. Ich weiß nicht, ob jeder davon betroffen ist. Ich denke schon, da steht ja bei gewissen Produkten, dass ich ein Lieblingskunde bin. Wenn es nicht bei jedem ist, würde ich den auch verstehen, der das bei mir geschrieben hat, weil ich doch recht viel Geld dort lasse. Also, ich könnte schon so, als Lieblingskunde fühle ich mich schon, glaube ich. Da hatte ich kurzzeitig ein schlechtes Gewissen. Aber jetzt haben wir bei Instagram welche geschrieben. Es sind auch noch mehrere Lieblingskunden, die vielleicht nicht ganz so viel einkaufen. Auf jeden Fall stand da einfach, ich kriege dieses Produkt gratis und durfte mir von Prokodent eine Mundspülung aussuchen. Hat mich sehr gefreut. Ich habe den mal hier die mit extra weiß genommen. Mal gucken, ob das bei mir noch hilft. Mit meinem ganzen Kaffeekonsum weiß ich nicht, wie viel Mundspülung ich trinken soll, damit meine Zähne richtig weiß sind. Ja, also schaut gerne mal bei euch rein. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwie so einen Bonus dadurch. Ich weiß es ja nicht. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Ich meine, die kostet 79 Cent. Das ist jetzt kein mega High Class Produkt oder so. Aber warum nicht? Meine Mundspülung ist leer, passt da also ganz gut. Als hätten sie das schon gerochen. Naja, bei meinen Einkäufen. Dadurch, dass ich die App benutze, sehen sie auch, was ich einkaufe. Vielleicht haben sie es extra gemacht. Das ist eigentlich ganz schön gruselig. Was man durch die ganzen Daten so mitkriegt und feststellen kann und, und, und. Gab es auch mal eine ganz tolle Story von Payback. Du wusstest, Payback, bevor so ein Mädchen, also Payback wusste vor dem Mädchen, die Payback-Kundin war, dass sie schwanger ist und hat auf einmal die entsprechenden Produktempfehlungen. Total gruselig heutzutage, aber egal, ich habe mich damit abgefunden. Ich träge auch Halt. Also weiß eh jeder, dass ich Rossmann-Schaden habe oder generell ein Drogerie-Schaden. Naja, so, machen wir weiter. Und zwar gab es bei Zuella den Ausverkauf. Da habe ich mal die Tasche mitgenommen und das Parfum. Jetzt bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das dann euch vielleicht verlosen soll oder nicht, weil ich dachte, man kriegt das nicht mehr. Für die Tasche übrigens ziemlich süß. Eigentlich wollte ich sie selbst behalten. Ich überlege mir das nochmal. Ich fand nur das beides für eine Verlosung reicht nicht. Deswegen wollte ich es nicht heute verlosen, aber falls Interesse besteht, verlose ich es. Nein, ich behalte es. Machen wir das nochmal so. Ich packe es auf jeden Fall für euch zur Seite. So, dann war ich nochmal in der Haushaltsabteilung. Also nicht nochmal, sondern war ich halt. Und habe mir mal solche Geschirrhandtuchhalter geholt. Und zwar wollte ich es jetzt nicht fürs Geschirrhandtuch verwenden, sondern wollte mal ausprobieren. Ich habe halt immer in der Küche, ich wische ja jeden Tag irgendwie meine Küche. Nicht nur einmal, meistens mehrmals. Und ja, habe dann immer die nassen Lappen oder Mikrofasertücher oder was ich halt gerade benutzt habe, immer auf der Heizung liegen. Und es sieht einfach so unordentlich aus, weil ich möchte sie nicht nass in die Wäsche packen. Ja, ich finde es einfach mega, mega unordentlich. Und ich habe ja schon was zum Hängen für Geschirrhandtücher, weil ich wische ja meistens nochmal mit Mikrofasertuch drüber oder mit so einem feuchten Wischlappen, wie auch immer. Auf jeden Fall hatte ich gehofft, dass ich die da reinstopfen kann. Ich weiß nicht, wie unordentlich das denn aussieht, aber vielleicht noch besser, als würden sie da alle auf der Heizung immer nass rumliegen. Ich gucke mir das mal an. Ich habe es einfach mal ausprobiert. So sehen die Dinger aus, das ist einfach zum reinstopfen. Gucken, wie lange das an den Fliesen überhaupt hält. Das ist ja auch immer so eine Frage bei solchen Produkten. Ich werde es ausprobieren. So, dann gab es für Mutti Chrissy mal wieder zwei Energies. Das sagt nichts. So, und noch einen Snack für die Kleine. Die gehen bei uns ja immer gut eigentlich bei allen Kindern, die bei uns zu Besuch sind, die freche Freunde Dinkel-Kichererbsen-Brezeln. Ob sie so viel gesünder sind, wo ich gerade die Kalorienanzahl lese, als die normalen, wage ich zu bezweifeln. Allerdings habe ich immer ein besseres Gefühl, da es auch mit Vollkorn mehr gebacken ist. Und ja, deswegen gibt es die bei uns wieder. Leider nicht im Angebot. Ich glaube, die wurden auch teurer gemacht. Die kosten, glaube ich, jetzt 1,39. Ich habe sie früher für 99 Cent, meine ich, gekauft. Eigentlich schon frech, aber gut. Wenn ich überlege, dass ich normale Salzstangen irgendwie bei Aldi für 40 Cent kriege, finde ich sie schon nicht günstig. Aber was soll's? Nur das Beste für das Kind. So, und das letzte Produkt. Let's the product. Und zwar habe ich bei Rossmann mich nochmal durch die Düfte durchgeschnuppert. Es gab noch eine ganz teure Variante, die wollte ich zuerst noch mitnehmen. Das war eine richtig schicke Vase. Ungefähr so wie diese hier, nur in kleiner und in weiß, mit den Duftstäben. Da dachte ich so, das ist ja nochmal ein schickes Deko-Element. Allerdings gab es das Statuszeit nur mit einem Duft, den ich nicht so gut fand. Die anderen fand ich aber sehr, sehr gut. Ich glaube, es kostet auch 5 Euro. Deswegen warte ich jetzt erstmal, bis es wieder verfügbar ist mit einem Duft, der mir auch gefällt. Und habe jetzt erstmal hier die Raumerfrischer Nachfüllpackung mitgenommen von Rubinlicht. Der Rossmann Eigenmarke. Tatsächlich, obwohl es eine Eigenmarke ist, roch es recht gut. Ich bin gespannt, wie intensiv es nachher im Raum riecht. Aber ich war von dem Winterblütenduft doch sehr begeistert. Ich rieche nochmal, aber ja, es ist so, er hat doch ein bisschen blumig, ein bisschen Parfum-like. Also, ich glaube, es ist noch besser als die DM Eigenmarke. So zumindest mein Gefühl. So. In diesem Sinne, mein Typ, schönes Leer, mein Kassenbon, Kilometer lang. Hier ist der richtige Bon. Ich sage, vielen Dank fürs Zusehen. Verlinke euch hier noch meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr gerne abonnieren und sage Tschüss, bis zur nächsten Rossmann-Eskalation. Nicht?